Musik 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 22. Stimmenhunter, Goal für der FC Zürich! Goal Schütz, Mitte Nr. 22, Edi Rüeck! Musik Neuer Spielstand, FC Zürich 1, Grasoper Club 1! Musik 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 Schöne, 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 Schöne! Schöne, Schöne, Schöne! Schöne, 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 Schöne! Schöne, 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 Schöne! Das war's für heute. Das war's, das war's. Oh, 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 oh! 10 Minuten! Goal für den FC Zürich! Das schützt mit Nummer 26. Cedric Brunner! Neuer Spielstand! FC Zürich! Das Spiel im Klassiker gegen den FC Kassel. Das nächste Heiz spielt der FC Zürich gegen den FC Zürich. Der FC Zürich gegen den FC Zürich. Vielen Dank fürs Chor! Schönen Abend und gute Heiz! Der FC Zürich! 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 Red! 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 Red!